So, herzlich willkommen bei Let's Play Actraiser. Dieses Spiel habe ich wirklich noch nie gespielt. Ich werde jetzt mal anfangen. Also ich habe jetzt nur gestartet. Ich nenne mich Horstie, denn ich bin ja Horstie. So. Seid ihr wach, Sir Horstie? Ich bin der Engel, der euch helfen soll, eure verlorene Kraft zurückzugewinnen. Zur Zeit haben Monster die Herrschaft dieser Welt in ihren Händen. Ein Dämon namens Tanzra, der euch eure Kraft rote, gab ihnen dadurch die Herrschaft. Um eure Kraft wieder zurückzugewinnen, müsst ihr den Glauben an die Menschen an euch entfachen. Aber zuerst müssen wir auf die Welt die Monster zerstören, damit die Menschen in Frieden leben können. Ja, na dann sehen wir uns hier mal an. Sonstiges Spiel speichern. Ja, ich würde ihn ganz gerne speichern. Ja. So, Zustand. Zustand Gottes, Zustand der Städte. Monster bekämpfen. Ja, viel Glück. Also ich kenne den Sinn des Spiels überhaupt nicht. Ich weiß nicht, was wir machen müssen. Ich habe nur gerade kurz ein Video gesehen, wo ActRacer kurz vorkam, weil ich mir mal nach... Wie springe ich denn? Ah, so. Ja, bis jetzt ist hier nicht viel los. Oh, ich habe irgendwas eingesammelt. Autsch. Autsch. Vielleicht könnte man von hier oben aus da raufkommen. Ja, ich hatte recht, aber das Problem ist dieses große böse Monstervieh. Oh, ich bin tot. Toll. Also jetzt habt ihr mal gesehen, wie man es nicht macht und jetzt mache ich mal, wie man es macht. Hoffe ich. Hey, da nutzt ein. Ui, ist das laggy. Oh, ich bin tot. Oh, ich bin tot. Das ist ganz natürlich mein Emulator, ist ja klar, ist ja ein SNES-Spiel. Ui, ein Up habe ich gefunden. Das ist ja schön. Stirb. Ja, ich bin zwar schon wieder fast tot, aber ich hoffe einfach mal, dass ich es dieses Mal überlebe. Ah, ein Apfel, ein Apfel, ein Apfel, ein Apfel halt also meine gesamte Energie. Aua. Man, du Kack. Ach, ich fick dich doch. So. 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 So, ich nehme an. Hahaha. Ach, bist du mir ein was von lustig. Hey. Hey. Ach, verdammt. Ach, wir sind wieder hier. Ach, wir haben ein weiteres abgefunden. Wir haben allerdings auch schon zwei verbraucht. Ja, ich bin kein guter Spieler, ich weiß. So, ich denke mal, das erste Video dürfte auch gleich vorbei sein. Darum werde ich gleich mal... Nein. Ah, ich habe es geschafft. Ah, ich bin einfach phänomenal. Ich habe hier mal noch schließlich The Guy durchgespielt. Oh nein, ein Endgegner. Ah. Ah, er läuft über uns. Oh, da, 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 da. Ah. Also ich denke mal, wir machen uns ganz gut hier. Und da haben wir ihn besiegt, den ersten Entgegner in diesem Spiel. Und an dieser Stelle cutten wir auch mal das Video. Denn ich weiß nicht, wie lange es schon geht.